Hallo und herzlich willkommen zum Review vom Martinsville Blue Emu Maximum Pain Relief Vorhand wird, was an diesem Wochenende zusammen mit dem Truck und Xfinity Rennen stattgefunden hat. Ja, wir hatten ein Wochenende mit drei sehr unterschiedlichen Rennen, einem relativ, ich würde sagen, durchschnittlichen Martinsville Truck Rennen, einem absolut chaotischen Dragfest mit sehr hohen Emotionen im Xfinity Rennen und dann ein Cup Rennen, was ja überraschend langweilig war, überraschend ereignislos auf jeden Fall. Ja, auch den ersten Sieger im Cup diese Saison, der zweimal gewonnen hat, in Form von William Byron, wie ihr schon natürlich gesehen habt. Ja, und darüber wollen wir hier natürlich wieder reden. Ja, mal schauen, ich denke mal, gerade der Xfinity Teil dürfte heute sehr interessant werden. Guckt auf jeden Fall schon mal in die Timestamps, wenn euch das interessiert. Der Cup Teil vielleicht so ein bisschen kürzer als sonst, weil echt nicht so unfassbar viel passiert ist. Und auch zum Truck Rennen gibt es dann natürlich am Ende noch einiges zu sagen. Wir fangen jetzt aber natürlich erstmal ganz gewohnt an mit dem Cup Rennen und gehen immer die Ereignisse durch. Ja, beim Qualifien gab es schon einige Überraschungen, die ja wirklich keiner so auf der Rechnung hatte. Wir hatten nämlich kein Penske-Auto in den Top Ten, die ja sonst in Martenswil sehr gut sind. Ja, kein Kyle Busch, kein Danny Hamlin, Truex und Bowman. Auch allesamt nicht in den Top Ten. Das war ja an sich schon eine Schlagzeile. Alles eigentlich gute Autos in Martenswil traditionell. Aber mit dem neuen Next-Gen-Auto hat sich halt auch hier einiges getan. Dafür waren aber die positiven Überraschungen, dass wir tatsächlich mal beide RFK, also Autos von Werd Keselowski und Buscher in den Top Ten hatten. So wie alle, nicht alle, aber drei Stuart Haas Racing Forts waren mit dabei. Eric Elmerola sogar als positive Überraschung. Auf Platz zwei ist er gestartet. Also wirklich gut. Vorne war dann jemand, der jemanden auf der Rechnung haben konnte auf jeden Fall. Chase Elliott, wo es sich die Pole Position war, sogar eine komplette Zehntelsekunde schneller als alle anderen. Also da doch eine gewisse Dominanz im Qualifien, was sich ja dann auch im Rennen so abgezeichnet hat. Das Rennen ist, das Cup-Rennen wohlgemerkt ist, wie auch einige andere kennen in dem Wochenende, leider mit etwas Verspätung losgegangen. Und zwar mussten wir ungefähr eine Stunde lang warten, da es etwas geregnet hat. Es gab wohl sogar leichte Schneeflocken. Ja, in Martensville ja auch nicht das allererste Mal, dass wir die sehen. Eine Competition Caution war nicht geplant. Ja, man muss aber auch sagen, Reifenverbrauch in Martensville ist eh ziemlich gering. Da brauchte man sich keine Sorgen machen. Reifenplatz haben wir an dem Wochenende auch zum Glück nicht gesehen. Da wird es dann eher wieder interessant, zum Beispiel in zwei Wochen, wenn es nach Talladega geht, was dann auf Deutsch Motorvision TV natürlich gezeigt wird. Deutscher Kommentar freuen wir uns alle, denke ich mal, schon sehr drauf. Wird bestimmt sehr cool. Genauso wie nächste Woche Bristol Dirt. Das Rennen auf der Dirt- bzw. Mattsstrecke zu Deutsch, wenn man es so übersetzen möchte. Ja, auch zwei absolute Highlights des Jahres. Ja, auch wenn Martensville, was sonst auch ein ziemliches Highlight des Jahres ist, ein bisschen vielleicht enttäuscht hat. Aber ich denke mal, die nächsten zwei Wochen werden uns nicht zurücklassen mit schlechter Stimmung. So, gehen wir rein ins Cup-Rennen. Beim ersten Start lief alles ziemlich gesittet ab für Martensville-Verhältnisse. Da konnte sich Charles Elliott direkt mal gegen Eric Elmerola durchsetzen, der natürlich sofort runtergegangen ist. Denn Martensville ist natürlich traditionell so, dass eigentlich nur die Low-Lane, also die Linie ganz unten an den Curbs lang, funktioniert. Ist halt mit Abstand der kürzeste Short-Track. Da muss man schon versuchen, den Vordermann ein bisschen aus dem Weg zu moven. Oder halt den guten Run auf den kurzen Grad zu bekommen. Ja, dementsprechend waren da auch gerade in Stage 1 die Autos direkt in Single-File unterwegs. AJ Ormendinger hat wieder mal eine Durchfahrtsstrafe direkt beim Start gehabt. Da sein Team, also Corlec Racing, zu oft durch die Inspektion gefallen ist. Mal wieder, muss man sagen. Das häuft sich jetzt leider so ein bisschen. Ja, auch merkwürdig, aber vielleicht da auch ein paar Unstimmigkeiten mit dem neuen Auto. Ist aber tatsächlich nur eine Runde zurückgefallen. Viele hatten ja vermutet, dass da zwei Runden zurückfällt. Nee, konnte sich da direkt halten. War aber eigentlich das ganze Rennen über wirklich kaum zu sehen. Wäre die Frage gewesen, wie es ausgesehen hätte, wäre nicht direkt eine Runde zurück gewesen. Aber ja, dass er ein sehr guter Rennfahrer, vor allem auch auf Strecken wie Martensville ist, neben seinen exzellenten Roadcourse-Fähigkeiten, wissen wir alle. Aber ja, dann hat Corlecester direkt bei seinen Teamkollegen Eric Elmerola angegriffen. Der wiederum bei dem Kampf auf die Outside-Lane gedrückt wurde und dann sofort drei Plätze verloren hat. Also ja, das ist natürlich das, was dann passiert, wenn man einmal nach oben gedrückt wird in Martensville, dann geht es sofort nach hinten. Da hat man kaum eine Wahl oder eine Chance. Ganz interessant war, dass wir nach 17 Runden die ersten glühenden Bremsscheiben vorne links gesehen haben. War aber da sehr interessant zu beobachten, dass gerade die Autos, die vorne an der Spitze waren, da nur so ein leichtes Glimmen zu erkennen waren. Während es bei anderen Autos, die schlecht abgestimmt waren, wie zum Beispiel Danny Hamlin, über den wir heute noch einige Male reden werden, glühend rot war schon direkt vom Start weg. Also da sieht man schon, dass die schlechter abgestimmtesten Autos sehr viel mehr Bremse benutzen mussten, um um die Kurve durchzukommen. Während das die guten Autos eben dann mehr Martensville-mäßig durchlaufen lassen konnten. Ja, trotzdem sehr interessant, konnte man schön von außen sehen. Ja, zu dem Zeitpunkt hat Elliot 1,5 Sekunden vor Cole Custer geführt. Der hat aber mächtig Druck bekommen von William Byron. Gerade Elliot und Byron eigentlich das ganze Rennen über wirklich die dominanten Autos. Also ja, die haben da gar nichts anbrennen lassen und am Ende hat Byron das Ding ja auch gewonnen. Zu dem Zeitpunkt kam dann auch die Meldung, dass Hendrick Motorsports mal wieder einen wirklich unglaublichen Rekord aufgestellt hat. Und zwar haben sie 10.000 Runden, hat Hendrick Motorsports in Martensville geführt, in der ewigen Statistik so gesehen. Damit das erste Team, was auf einer Strecke 10.000 Runden geführt. Unglaublich, wirklich. Natürlich auf Martensville die Kurven sehr, bei den Runden sehr kurz, aber trotzdem 10.000. Gut, natürlich auch in früheren Jahren immer schon gut dabei gewesen. Und eben auch hier quasi das komplette Rennen dominiert. Ja, interessant war auch, was ich ja in der Preview schon angemerkt hatte, dass durchs neue Getriebe tatsächlich das Schalten ein Thema war. Denn wie Elliot zum Beispiel schon im Prebase-Interview gesagt hat, wird viermal pro Runde geschaltet. Das hat man auch schön in den Onboards hören können. Also insgesamt 1600 Mal. Und dafür muss man sagen, die Getriebe sind soweit anscheinend alle heil geblieben. Also ja, da war auf jeden Fall ein guter Haltbarkeitstest für das neue Auto. Und ich würde sagen, das hat es auf jeden Fall bestanden. Das neue Getriebe hat funktioniert. Man hat auch teilweise gesehen, dass Fahrer gerade im Qualifying da unterschiedliche Herangehensweisen hatten. Ob sie schalten oder wann sie schalten. Es gab einige, die zum Beispiel beim Bremsen runtergeschaltet haben. Es gab dann aber auch Fahrer wie Kurt Busch, der zum Beispiel immer am Scheitelpunkt runtergeschaltet hat. Ja, war wirklich interessant zu sehen, dass er hier so ein bisschen seine eigenen Variationen reinbringt. Bei der Halbzeit von der ersten Stage war das Feld dann quasi komplett ein Single-File. 30 Autos waren in der Führungsrunde. Das sollte natürlich dann noch weniger werden. Und es hat sich angewarnt, Danny Hamlin war nicht mehr weit von der Überrundung entfernt. Da hat nämlich Charles Elliot ordentlich mit da gut gemacht. Was dann auch bald passieren sollte. Währenddessen hat sich Truex leicht an das Hinterrad von Roaster Stain angelehnt. Das war dann so der erste Kontakt des Tages. Ja, das war aber noch sehr human. Gerade in den ersten zwei Stages gab es eigentlich kaum große Bumble-Runs. Das werden wir spätestens, wenn wir zu Xfinity kommen, da sah das ganz anders aus. Dementsprechend auch sehr wenig Corses in dem Rennen hier. Ja, Eric Emerola, der zu dem Zeitpunkt wirklich weit vorne lag, hat sich dann beschwert, dass er etwas loose, also etwas instabil auf der Bremse ist. Und dementsprechend beim Schalten nicht dazu kommt, weil er die Hände voll hat, sozusagen, die Bremsbalance etwas zu verstellen. Also Martensville, da werden die Fahrer gerade mit dem neuen Auto, dem neuen Getriebe schon sehr gefordert. War auch ganz interessant. Ebenso interessant ist, dass Daryl Wardrip zurückkommt. Und zwar beim Bristol Dirt Rennen wird der Fox Booth als Co-Kommentator bzw. Analyst zurückkehren. Auf jeden Fall sehr cool. Ja, da wird einigen von euch ja auch was sagen. Natürlich ganz legendär war er früher auch immer der Kommentator. Und ja, da denke ich mal, haben wir auch wieder eine Bereicherung im Booth. Ich finde, so gerade die Abwechslung, die wir da jetzt aktuell in der Kommentatorenkabine haben, ist eigentlich ganz cool. Auch wenn natürlich Jeff Gordon, ich persönlich schon ein bisschen ihn vermisse. Aber ja, solche klasse Leute, wie wir da jetzt in der Saison immer wieder hatten. Ja, gerade Chad Kinaus auch an diesem Wochenende wieder einen guten Job gemacht. Tolle Insights gegeben. Auch wenn leider nicht zum Le Mans Auto. Aber nee, ansonsten wirklich positiv. Schreibt mir aber gerne mal in die Kommentare, wer denn euer Liebling in der Kommentatorenkabine denn ist. Ich finde aber die Mischung, die Fox da aktuell bringt, wirklich ziemlich gut. Ja, dann wurde es so ein bisschen leicht hitziger in der ersten Stage. Allerdings nicht um großartige Positionen, sondern eher um die Überrundungspositionen. Nämlich die Lucky Dog Position. Da hat nämlich Denis Suarez sich ziemlich lange verteidigt gegen Elliot. Wirklich hat er einen guten Job gemacht. Elliot hat viel Zeit gekostet. Mit 17 noch verbleibenden Runden in der Stage hat dann Elliot dann aber doch mal zum Mittel der Stoßstange gegriffen. Und ihn da etwas aus dem Weg geschoben. Byron hat da natürlich aber den entscheidenden Meter gut gemacht. War dran, konnte aber nicht überholen. Das war so ein Thema, was sich durchs ganze Cup dann gezogen hat. Überholen vorne war gar nichts. Wir haben, glaube ich, keinen einzigen Führungswechsel unter Grün gesehen. Das ist ein bisschen dramatisch. Da muss man auch mal schauen. Es war natürlich ein sehr kaltes Wetter. Kann auch ein bisschen mit reingespielt haben. Aber, ja, wie gesagt, an sich war es für Martenswilferhälter schon ein bisschen enttäuschend. Mit zwölf verbleibenden Runden war dann Danny Hamlin das letzte Auto, was in der Führungsrunde war. Während Jess Elliot schon dran war. Hamlin hat sich dann wirklich mit allem verteidigt, was er hatte. Ist dann aber letztendlich doch in einer Kurve etwas zu weit in die Kurve reingerutscht. Dementsprechend ist Elliot dankend vorbeigefahren. Und dann wurde es nochmal sehr knapp, ob Hamlin wenigstens in der Lucky Dog Position bleiben konnte. Aber das hat sich dann erledigt, als Elliot an McDowell vorbeigegangen ist. Hamlin hat da tatsächlich um sein Leben gekämpft. Quasi hat McDowell nochmal eine Bump and Run kurz vor der Stage Caution gegeben. Es hat aber nicht gereicht. Er war nur das zweite überrundete Auto auf der Stage. Und dementsprechend, ja, ab dem Zeitpunkt eine Runde zurück. Sollte aber auch im restlichen Rennverlauf wirklich gar keine Rolle mehr spielen. Also, ja, Hamlin, der sonst wirklich ein Spezialist ist auf der Strecke, ja, auf ganze Linie enttäuschend. Das Auto hat überhaupt nicht funktioniert. Ja, was auch bei den anderen Toyota-Teamkollegen nicht groß anders war. Elliot hat also die erste Stage dominant gewonnen vor seinem Teamkollegen William Byron, Colt Custer, Bell, Elmirola, Harvick, Blaney, Lugano, Sindrick und Kurt Busch. Todd Gilliland wurde auf Platz 22 nicht überrundet. Der ist ja in den Top Ten gestartet, was tatsächlich ein ziemlich starkes Ergebnis war. Und ich fand auch generell ein ziemlich solides Rennen von ihm. Joe Gibbs Racing hatte allerdings eine sehr, sehr schlechte erste Stage. Nicht nur, dass Hamlin eine Runde zurück war, sondern wir hatten auch einen Kyle Busch und Martin Truex Jr., die passend zu ihren Startnummern jeweils auf Platz 18 und 19 waren. Nur Christopher Bell war in den Top 5. Das sollte sich aber später am Tag auch noch erledigen. Also, ja, da sah es gerade am Anfang vom Rennen echt nicht gut aus. Bei Restart in die zweite Stage haben sich dann Elliot und Byron ein bisschen gegenseitig geholfen, haben ein bisschen Teamplay gemacht. Und dass die beiden da vorne direkt nebeneinander, bzw. hintereinander einscheren konnten. Dementsprechend war direkt am Anfang der zweiten Stage quasi das Bild genauso wie in der ersten Stage, dass die beiden Hendrick Motorsports, Sherry Star Truppe angeführt hatten. Dahinter waren dann nach wie vor Cool Castor, Christopher Bell und Lugano, die da ein bisschen gekämpft haben. Aber auch da, ja, die Duelle haben immer nicht lange gehalten. Da wurde dann auch schnell wieder Single-Fall gefahren. In Runde 30 war Byron dann immer noch an Elliot dran, natürlich gerade, wenn der Überrundungsverkehr wieder eingesetzt hat. Ja, man hatte vermutet, ob es da vielleicht zu einem Duell kommen könnte, wie in alten Hendrick Motorsports Zeiten auf der Strecke. Dazu kam es aber wirklich eigentlich nie. Es war eigentlich immer, dass Byron direkt dran war an Elliot. Aber er hat eigentlich nicht einmal einen Versuch gewagt, da direkt vorbeizukommen. Ich meine, gerade in den Stages ist das natürlich nachvollziehbar. Wäre interessant gewesen, wenn es am Ende noch so gewesen wäre, ob dann vielleicht was passiert wäre. Aber ehrlich gesagt sah es das ganze Rennen nicht danach aus. Cool Castor hat währenddessen einen persönlichen Rekord aufgestellt. Der war zu dem Zeitpunkt immer noch auf Platz 3 und ist nach den insgesamt 125 gefahrenen Runden, ja, ein Run gefahren, also quasi die Runden gefahren, die längste Zeit in den Top 5, die er jemals hatte. Also die meiste Zeit innerhalb der Top 5, die er auf jeder Rennstrecke jemals hatte. Ganz coole Statistik, freut mich für ihn. Gerade er scheint ja in dieser Saison deutlich besser zu sein, als zum Beispiel in der letzten Saison, wo er nicht allzu viel von ihm zu sehen war. Freut mich. Ich meine, ist ja auch ein junger Fahrer. Die Jungen sind ja in dieser Saison irgendwie eh die Dominanten. Also ja, mal schauen, ob wir vielleicht von ihm auch bald mal einen Sieg sehen. Ja, Blaney hat dann währenddessen einen ersten kleinen Bump and Run gegen Christopher Bell gemacht. Auch Lugano hat sich da nicht zurückgehalten, hat sich von Cool Castor dann mal die dritte Position genommen. Da hat man schon gesehen, es ging dann so Richtung Mitte der Stage, dass die beiden Penske-Fords mit Abstand die besten Long-Run-Autos im Feld waren. Vielleicht abgesehen von den zwei Hendrick-Chevys, die konnte man gerade bei den Überrundungen nicht ganz so gut einschätzen, weil sie natürlich auch viel Vorsprung gegenüber den dritten, vierten Plätzen hatten. Aber ja, war ja recht interessant. Gerade in Wartensville will man ja eigentlich nicht unbedingt nur ein gutes Long-Run-Auto haben, sondern vielleicht eher ein gutes Short-Track-Auto oder Short-Run-Auto haben. Da es ja eigentlich traditionell zu ziemlich vielen Gorschnits kommt. Ja, da die nicht passiert sind, kamen natürlich Lugano und Blaney ziemlich weit nach vorne, hat denen komplett in die Karten gespielt. Und am Ende ist es ja auch im Fall von Lugano sogar fast komplett aufgegangen mit der Musik. Ist nur, ja, nicht an Byron am Schloss vorbeigekommen, aber es hätte trotzdem fast geklappt. Alex Bowman hat sich währenddessen etwas über Vibrationen auf der Hinterachse beschwert. Da meinte auch Chad hinaus, dass das sehr unangenehm ist. Mit zwölf verbleibenden Runden ist er dann an Eric M. Roller vorbeigegangen, während Christopher Bell zum Ende von Stage 2 wirklich etwas an Speed verloren hat. Das sah nicht so gut aus. Also, ja, das war eigentlich bei jedem JTA-Auto irgendwas. Austin Dillon hat dann auch im Kampf gegen eben genannten Christopher Bell im Kampf um Platz 8 mal die Stoßstange ausgepackt und ihn ein bisschen weggemoved, bevor es dann zum Stage-Ende kam. Da hat auch wieder Chase Elliott gewonnen vor seinen Teamkollegen William Byron, Lugano, Blaney, die besten Longrun-Autos, Custer, Austin Dillon, Elmjola, Sindrik, Bell und Havik. Ja, vorne war allerdings alles ziemlich ruhig, sehr viel Single-File. Zum Schluss der zweiten Stage gab es dann so die ersten Bump-and-Run-Versuche. Also, Bump-and-Run, kurz zur Erklärung, ist, wenn man den Vordermann eben etwas anschiebt, den etwas tief in der Kurve reinschiebt und selber vorbeifährt und sich so die Position holt. Wenn man das nicht übertreibt, ist das auch alles im Rahmen. Wenn man es übertreibt, wird der andere einem das später irgendwann heimzahlen. In den ersten zwei Stages gab es gar keine Cautions, abgesehen natürlich von den Stage-Cautions. Aber, ja, Elliott hat alle 180 Runden angeführt bis dato, was man gerade auf einer Strecke wie Martensville nie sieht. Kurt Gilliland hat den Lucky Dog bekommen, also auch er konnte sich in der zweiten Stage gut behaupten. Und das auf dem wohl stärksten, stärkst umkämpftesten Platz, den es so im Feld gab. Da gab es eigentlich die hitzigsten Duelle, darum, wer die Lucky Dog-Positionen behält. Und Suarez hatte dann nochmal kurz vor Ende ein kleines, ja, Fetter-Ted mit Chase Elliott. Der hat nämlich versucht, mit einem Bump-and-Run sich in der letzten Kurve eine seiner Überrundungsrunden zurückzuholen. Das ist ihm allerdings nicht gelungen. Er ist dann sogar draußen geblieben, hat den Wave-Around genommen. Ja, am Ende des Tages hat das aber sich nicht wirklich ausgezahlt. Bei den Boxen-Stops gab es dann einige Sachen zu berichten. Einerseits gab es einen Loose-Wheel an der Boxengasse, also ein loses, verlorenes Rad. Sieht Nesca ja gar nicht gern sowas und das auch zu Recht. Cole Custer ist da gegen den Reifen gefahren und hat den quasi so weggeschossen. Der Reifen ist dann auch in ein Luganos-Auto reingeflogen, hat das seitlich getroffen. Das lose Rad kam aber, wie sich dann später herausgestellt hat, auch aus der Box von Custer. Da wird das wahrscheinlich auch noch ein Nachspiel haben. Also das ist nicht vom Auto abgefallen. Das war ein Rad, was an der Box hätte aufgefangen werden sollen. Also ein altes Rad. Aber nichtsdestotrotz denke ich mal, das wird Konsequenzen haben für die Boxen-Truppe. Da wäre es auch vielleicht nicht ganz so schlimmer, als wenn es auf der Strecke abgefallen wäre. Außerdem gab es einen Führungswechsel an der Box, muss ich es so betonen leider. Und zwar William Byron ist dann an Chase Elliott mit einem Ticken schnelleren Stopp vorbeigekommen. War auf jeden Fall gute Arbeit da auf der Seite der 24. Ansonsten, wie gesagt, auf der Strecke hätte das wahrscheinlich gar nicht funktioniert. Ja, Byron ist dann auch beim Restart vorne geblieben. Elliott hatte einen kurzen Kampf mit Lugano beim Restart. Hat sich dann aber auch da wieder relativ schnell behaupten können. Blaney ist auf Platz 4 gefolgt vor Reddick. Und hinten gab es dann einen kleinen Zusammenstoß zwischen Suarez, Bowman und Kyle Busch. Typisch Martensville, da hat es sich halt ein bisschen gestaut. Gerade beim Restart passiert sowas mal. War jetzt aber auch nicht doll dramatisch. War auch nicht allzu viel Schaden. an den Autos vorhanden. Bei Rennhalbzeit hat William Byron drei Autolängen vor Chase Elliott geführt. Der wiederum eine Autolänge vor Lugano war. Da sah es kurz danach aus, als könnte vielleicht ein bisschen was passieren. Allerdings ist das dann auch nicht so gekommen. Da hat man sich dann eher über das Spritfenster Gedanken gemacht. Das lag nämlich bei ungefähr 150 Runden. Wurde vorausberechnet. Und ja, da kam man so langsam zu der Frage, da man gesehen hat, okay, heute wird viel auf Green Flag Runs hinauslaufen. Was macht man? Fährt man so früh wie möglich rein? Oder holt man sich wirklich 150 Runden dann quasi nach einem Boxenstopp mit den frischen Reifen? Oder fährt man wirklich den Sprit, den man jetzt hat, zu Ende? Und macht dann einen kürzeren Boxenstops? Wobei, ja, das war am Ende des Tages die Strategie der Wahl war. Ja, ansonsten, Cole Custer hat Will Byron dann circa 10 Runden lang aufgehalten. Custer war bei dem Boxenstopp auch ein bisschen zurückgefallen. Dementsprechend wurde er dann da überrundet, nachdem Byron ihm, ja, auch da wieder einen kleinen Tab mit dem Stoßdämpfer gegeben, mit dem Bumper gegeben hat. Ja, dadurch, dass Custer ihn eben aufgehalten hat, wurde es dann nochmal ein bisschen spannender, denn Elliot, Lugano und Blaney konnten deutlich aufschließen. Aber, ja, wie gesagt, ich will jetzt hier nichts Schönreden. Das ist nicht zu großen Duellen gekommen. Byron hat dann das nächste Mal Danny Hamlin überrundet, der es tatsächlich geschafft hat, zwei Runden zu fallen in dem Rennen. Also, ja, wirklich kein guter Tag für ihn. Während Lugano und Blaney wieder mit den besseren Long-Run-Autos Elliot relativ stark unter Druck setzen konnten. Lugano konnte dann auch direkt an Elliot vorbeigehen, nachdem er selber mal einmal den Bumper benutzt hat. Und nachdem da Elliot einmal von der Groove weg war, haben ihn da sofort mehrere Autos überholt. Da ist er direkt mal von 2 auf 5 zurückgefallen. Das war es eben, wenn man einmal weg war von der Ideallinie, hat man direkt drei, vier Plätze verloren. Aber das ist auch ganz typisch Martensville. Die Boxestops wurden dann von Kyle Busch und Martin Truex Jr. in Runde 109 eröffnet, wobei es ziemlich große Probleme bei Truex danach gab. Der ist nämlich aus der Box gekommen und in Turn 3 fast geradeaus gefahren. Der hatte direkt einen Reifenplatzer tatsächlich, beziehungsweise einen plattenrechten Vorderreifen. War interessant. Es sah vielleicht danach aus, dass er sich den irgendwie in der Boxengasse aufgeschlitzt hat. War wirklich ein bisschen merkwürdig und war auch ziemliches Glück, dass es da nicht zu einem Unfall kam. Das war wirklich relativ knapp, obwohl er nicht der Einzige war, der Probleme hatte nach der Box. Fast alle, die mit den frischen, kalten Reifen unter Grün rausgekommen sind, hatten Probleme in Turn 3 und 4. Das ist ja die erste Kurve nach der Boxenausfahrt. Mit den kalten Reifen haben sich da viele überschätzt und ziemlich weit durch die Kurve gerutscht. Und ja, also da scheinen auch der neue Reifen sich ein bisschen anders zu verhalten, als mit den alten, größeren Reifen oder größeren Reifen. Vom Durchmesser her zumindest. Ja, gilt auch, das weiter zu beobachten. War natürlich ganz cool. Auch wieder so ein Faktor, wo sich die Fahrer jetzt mit dem neuen Next-Gen-Auto so ein bisschen natürlich neu einleben müssen. Mit 97 zu fahrenden Runden waren dann auch der Führungsautor William Byron, Ossendillen, Lugano und Sintric drin. Larsen war unterdessen zu schnell in der Box. Der lag die ganze Zeit auf einer Top-15-Position, so Top-20 auch mal. Aber er lag noch relativ solide in den Top-15 die meiste Zeit. War dann zu schnell in der Box. Damit dann auch kein Thema mehr in dem Rennen. Ja, Blaney, Byron und Lugano haben dann ein kurzes Duell gehabt gegen Ossendillen um Platz 3. Allerdings war Christopher Bells Crew beim Boxing Stop zu früh über der Wand, über der Wolf-The-Wall. Das heißt, er musste komplett nach hinten, hat da enorm viel Zeit verloren. Und dann hat er es sich auch an der Stelle mit dem bis dato besten Toyota, ganz bittere Strafe. Sollte gerade an so einem Tag wirklich gar nicht passieren. Ja, hat Christopher Bell natürlich das Rennen im Endeffekt gekostet. Und dann gab es tatsächlich die erste richtige, natürliche Caution des Tages für Debris, also rumliegende Teile in Turn 4. Dazu war auch Danny Hamlin einmal irgendwie merkwürdig langsam auf der Strecke. Da wurde so ein bisschen gemutmaßt, was denn nun der richtige Grund war. Man muss sagen, den Debris in Turn 4 hat man im TV-Bild nie richtig gesehen. War ein bisschen merkwürdig. Ja, vielleicht war es auch eine Spannungs-Caution. Naja, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall waren zu dem Zeitpunkt Elliot und Kyle Busch tatsächlich nochmal in die Box, haben sich frische Reifen geholt. Sollte sich aber später herausstellen, dass das nicht der richtige Move war. Gerade Elliot hat es probiert, hat gesehen, dass Überholen unter Grün schwer ist. Ich kann schon verstehen, warum man sich gedacht hat, man geht nochmal auf frische Reifen. Das hat aber, wie gesagt, gar nicht funktioniert. Bei mir ist das war Byron vor. Austin Dillon, der ein super Rennen hatte, gerade in der letzten finalen Stage. Da wirklich gut, konnte sich gut behaupten. Sah kurzzeitig auch so aus, als wäre da vielleicht sogar mehr drin. Gegen Lugano. Dahinter war dann auch einen Kurt Busch zu finden, der sich bei den Boxestops nach vorne gefahren hat und da auch geblieben ist. Also wieder Kurt Busch, der einen ziemlich guten Job gemacht hat. war in dieser Saison ja schon einige Male überraschend besser als sein Bruder Kyle Busch, zumindest im Cup, in dem vermeintlich schlechteren Auto. Auch wenn 2311 natürlich eine Kooperation soweit mit JGR hat. Aber naja, trotzdem sollten die JGR Autos an sich schon besser sein. Und auch die Crew. Aber Kurt Busch zeigt, dass er da immer noch das Zeug hat und da wirklich viel aus dem Auto rausholt. Ja, mit 65 verbleibenden Runden wurde es dann aber nach dem, ja, etwas hektischeren Restart etwas erstmal wieder ruhiger. Vorne gab es Single-File bis, ja, eigentlich auch zum Schluss. Da gab es dann nicht allzu viel Berichten. Auch Kyle Busch und Elliot sind nur auf Platz 8 bzw. 11 vorgekommen. Was überraschend wenig war wirklich. Ja, Austin Dillon hat dann auch noch einen kleinen Rekord gebrochen, denn er hat bei dem Rennen mehrere Runden in den Top 5 gesammelt, als in seiner kompletten Karriere im Cup. Den Stat konnte ich auch so kaum glauben. Aber ja, es war anscheinend wirklich so. Wie gesagt, gerade in der zweiten Rennhälfte ein Top-Rennen gehabt, sich auch nichts zu Schulden kommen lassen. Auch wenn das Auto gerade zum Ende der letzten State so ein bisschen eingebrochen ist und er sich da trotzdem lange verteidigen, hat er wirklich einen guten Job gemacht. Also da kann man den RCA-Piloten wirklich mal loben. RCA allgemein, ja, in dieser Saison ziemlich gut. Und wenn das so weitergeht, halte ich es durchaus für möglich, dass wir ihn nochmal in Victory Lane in den nächsten Rennen sehen. William Byron hat dann gleich gefolgt, hat sich auch eine schöne Statistik abgeholt. Und zwar hat William Byron in der Saison 2022 in den ersten acht Rennen mehr Runden angeführt, als er in jeder anderen kompletten Saison. Also ja, auf jeden Fall cooler Fakt. William Byron scheint sehr gut mit dem neuen Auto zurecht zu kommen. Auch wenn das Rennen jetzt vielleicht die Statistik ein bisschen verfälscht hat, da es eben anscheinend halt sehr, sehr schwierig war zu überholen. Aber nichtsdestotrotz, krasse Statistik. Und dementsprechend, ja, Byron zurzeit auf einem super Weg. Jetzt ja auch der erste Fahrer, der zweimal gewonnen hat. Also auf jeden Fall auch hundertprozentig sicher in den Playoffs ist. Ja, mal schauen, wie weit sein Run dieses Mal in den Playoffs geht. Ich schätze mal, oder würde vermuten, dass es durchaus mal ein bisschen weiter geht, als vielleicht in den letzten Jahren. Dementsprechend sah es dann, ja, 20 Runden vor Schluss schon relativ sicher aus. Byron war da ungefähr zwei Sekunden vor Orson Dillon, der gefolgt wurde von Logalo, der ihn da auch echt unter Druck gesetzt hat. Kyle Busch und Elliot sind aber auf den Positionen mit den neuen Reifen ziemlich stecken geblieben. Was ich vorhin erwähnt hatte, also gerade so am Rande der Top Ten. Das hat sich dann auch mit den verbleibenden zehn Runden nicht mehr groß geändert. Doch dann gab es noch einmal eine Caution. Mit acht verbleibenden Runden ist leider Todd Gilliland, der bis dahin echt einen soliden Job gemacht hat. Ja, mit einem stehenden Rad geradeaus in die Wand gerutscht. Neska hat sofort die Caution rausgeholt. Hätte man vielleicht nicht unbedingt gebraucht. Er hat die Wand berührt. Also, ja, man kann es machen. Ich verstehe es. Gut, im Endeffekt wollte Neska vielleicht auch nochmal ein bisschen spannenderes Finish haben, als wenn das einfach unter Grün zu Ende gegangen wäre, weil da wäre es, wie gesagt, eine klare Angelegenheit gewesen. Es waren nochmal ein paar wenige an der Box. Nen Kai Busch, Nen Harvick, Jones, Buscher, Keselowski und Bowman. Die waren aber alle kein Faktor mehr beim finalen Restart. Da war es dann so, dass Bayern in gegen Lugano starten konnte. Austin Dillen hat sich dafür entschieden, die zweite Reihe inzunehmen. Dann ist er gegen Blaney gestartet. Die Choose-Rule hier natürlich sehr wichtig gewesen. Beim Restart hat dann Lugano nochmal alles versucht. Hat nochmal ein bisschen den Bumper benutzt. Hat alles versucht, wirklich, um irgendwie an Byron vorbeizukommen. Der hat das aber sehr clever gemacht. Hat auch das Auto ein bisschen früh runtergebremst, dass er eben nicht zu doll weggeschoben wurde von dem Bump, den er halt von Lugano erwartet hat. Wirklich Top-Job gemacht. Perfekter Overtime für Byron, die er da gefahren hat. Und dementsprechend auch ein verdienter Sieg. Und es sollte ja nicht der einzige Sieg an dem Wochenende von ihm bleiben. Denn das Truck-Rennen, zu dem wir gleich dann auch kommen werden, hat er auch gewonnen. Also zwei von zwei. Top-Wochenende für Byron, Top-Wochenende für HMS. Also auf der Seite der Box wieder nichts zu beklagen. Vielleicht wäre es an der Zeit gewesen, dass Elliot seinen Sieg holt. Das ist dann eben nicht passiert. Und obwohl man auch sagen muss, in der finalen Stage war Byron auch durchgehend das bessere Auto. Elliot hat da anscheinend nicht die perfekten Einstellungen an der Box getroffen. Ja, dementsprechend auf jeden Fall ein verdienter Sieg für Byron. Der gewinnt vor Joey Lugano. Austin Dillon, starker dritter Platz. Vor Blaney Chistain. Wieder vorne mit dabei Kurt Busch vor seinem Bruder Kyle Busch. Der es dann doch noch geschafft hat, ein paar Plätze gut zu machen. Elmer Roller, Brisco und Elliot sind dann die, die die Top-Ten kompletieren. Kurt Busch und 23-Eleven landen damit vor allen JGR-Toyota. Das ist ein Fakt, den wirklich keiner kommen hätte sehen. Auch wenn man sagen muss, Kyle Busch hat insgesamt schon einen guten Job gemacht. Ja, gerade zum Schluss nochmal ein gutes Comeback gehabt, nachdem es gerade in der ersten Stage ja gar nicht für die Truppe lief. Ja, alles in allem muss man aber sagen, ein unerwarteter, eigenes armes Martensville-Nachterennen ist zu Ende gegangen. Die Track-Position war der Schlüssel zum Sieg, da es kein Überholmanöver an der Spitze gab. Ja, dass man sowas mal in Martensville sagt, das ist auch irgendwie unglaublich. Elliot und danach William Byron haben komplett dominiert. Penske hatte einen guten Long Run, der sich am Ende ja auch ausgezahlt hat mit Lugano. Und Austin Dillen hat einen super Job gemacht. Ja, allgemein vielleicht ein bisschen ernüchterndes Rennen, schade. Aber ja, ich denke, man sollte sich nicht allzu große Sorgen machen. Ich denke, auch auf Short-Tracks kann das neue Auto durchaus funktionieren. Wir haben es ja zum Beispiel mit dem Clash im Colosseum gesehen, auch wenn das natürlich nochmal eine sehr viel kurzere Strecke gewesen wäre, eine Show-Strecke. Ja, ich meine, jetzt gerade nach letzter Woche in Richmond jetzt das nächste Rennen, was halt ein bisschen ernüchternd ist. Marketing-Technisch natürlich nicht so toll, kann ich verstehen, dass man da auch selber ein bisschen frustriert ist. Gerade in Richmond war es abzusehen. Die Strecke ist nun mal nicht so ereignisreich meistens. In Martensville war es jetzt schon überraschend. Aber ja, ich denke mal, nächste Woche Bristol Dirt, da wird es ganz anders hergehen. Es gibt ja auch noch einige Fragen zu klären, ob die Windschutzscheiben zum Beispiel drin bleiben oder rausgenommen werden. Dazu Nachtrennen, das ist natürlich für uns zeitlich schlecht, aber für die Kulisse einfach toll. Und wahrscheinlich weniger Probleme mit der Sonneneinstrahlung. Wir werden sehen, wie es sich weiter verhält. Gerade, ja, wir haben ja in der Saison noch ein Martensville-Rennen, wie ja immer. Wir werden sehen. Aber natürlich schon ein kleiner Dämpfer war es schon. Aber auch das Wetter könnte hier durchaus eine Rolle gespielt haben. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal rüber Richtung Nachwuchsserien und fangen an mit der Truck Series. Da haben wir auch ein paar Zusammenfassungspunkte vorbereitet. Da war tatsächlich erstmal ganz schön zu sehen, dass Hayley Deegan wieder am Start war. Die hatte ja unter der Woche, beziehungsweise unter den letzten Wochen eine sehr unangenehme Geschichte, die sie da auf ihrem YouTube-Kanal auch bekannt gegeben hat, dass sie ja tatsächlich mit einem Stalker zu tun hatte, der ihren Freund bedroht hat. Ja, unangenehme Geschichte, auch ein bisschen unheimlich. Also ja, trotzdem schön, dass sie wieder den Weg zurückgefunden hat, auch wenn sie leider jetzt nicht so ein unglaublich gutes Rennen hatte. Hatte auch ein bisschen Pech nach auch einer frühen Berührung. Ja, ansonsten, Zane Smith gewinnt mal wieder dominant die erste Stage. Er hat ja schon zwei Siege in dieser Saison, also Rennsiege in dieser Saison, sich geholt. Das ist aktuell wohl der Truck-Fahrer, der ja wirklich das große Potenzial zeigt. Mal schauen, dass wir den vielleicht nächstes Jahr auch schon im Xfinity oder mit ganz viel Glück vielleicht sogar im Cup sehen werden. Nebenteil gibt es im Xfinity, über den werden wir heute noch viel reden. Ja, ein Fahrer, auf dem auf jeden Fall das Augenblick nicht gemerkt muss. Und ja, also Zane Smith auf jeden Fall ein Name, den können wir uns merken. Ben Rhodes hat dann sich die zweite Stage geholt. Da war es allerdings so, dass da viele in der Box waren, um eben die Track-Position für die letzte Stage sich zu holen. Ja, im Gegenzug zum Cup-Series konnte in der Truck-Series nämlich überholt werden durchaus. Und ja, einer, der früher an der Box war, war eben William Byron, der Cup-Sieger. Der hat ja dann in der finalen Stage im Endeffekt einen Start-Ziel-Sieg, wenn man es so nennen möchte, eingefahren. Der hat dann nämlich beim Restart geführt und hat dann auch, wie gesagt, das Rennen gewonnen. Vorher gab es noch einen Kontakt zwischen den beiden Teamkollegen der 98 und 99, Ben Rhodes und Eckes haben sich berührt. Stuart Friesen war da ein bisschen der Leidtragende, der da bei einer Three-Wide-Situation zwischen den beiden außen gedreht wurde. War ein bisschen unglücklich. Und mal schauen, ob es da noch zu weiteren Diskussionen kommen wird. Aber ja, ansonsten gewinnt William Byron nach insgesamt elf Corsions, das sind schon normaleren Martenswil-Verhältnisse, wenn man so möchte, im Nummer 7-2er Chevrolet mit über einer Sekunde Vorsprung. Also auch da eine, ja, jetzt nicht übermäßig dominante, aber grundsolide Fahrt, die er da hingelegt hat. Es ist tatsächlich sein achter Sieg in der Truck Series und, ja, sein erster Sieg in Martenswil gewesen. Umso erstaunlicher, dass er gleich an diesem Wochenende zweimal gewonnen hat. War ja auch ganz schön zu sehen. Gerade der Cups-Sieg hat ihm viel bedeutet, da er, wenn ich das richtig verstanden habe, vor einigen Jahren genau an dieser Strecke, ja, eine recht schlimme medizinische Diagnose bei seiner Mutter bekommen hat, die auch an der Strecke war, mit der er beim Cup in Victory Lane gefeiert hat. Also schön zu sehen, freut mich wirklich für ihn. Ist ja noch sehr jung und, ja, auf jeden Fall schön. Genauso wie die Lichter-Show, die immer gemacht wurde. Da wurden mit den Lichtern an der Strecke ein bisschen gespielt in der Victory Lane, beziehungsweise beim Sieger-Burnout. War eine coole Aktion, sieht man auch nicht allzu oft. Auf jeden Fall schön. Kyle Busch, der ja auch im Truck-Rennen war, wurde solider Dritter. Hatte aber jetzt keine enorm hohen Chancen gegen Byron, sich den Sieg noch irgendwie zu holen. Und ansonsten gibt es noch einen tatsächlich ziemlich interessanten Stat, und zwar, dass aktuell kein Chevrolet in den Top Ten der Playoff-Standings ist. Also, ja, kein Chevrolet-Fahrer scheint aktuell, der zumindest Vollzeit in der Truck Series unterwegs ist, für die scheint es aktuell nicht so zu laufen. Mal schauen, wie sich das so in den nächsten Wochen verhält. Dass die Chevrolet Speed haben, sieht man ja immer, wenn die Cup-Fahrer unterwegs sind. Da haben wir jetzt ja schon zwei Siege gehabt, aber, ja, so ist es halt. Gehen wir rüber zur Xfinity-Serie. Da, ja, was soll man sagen? Es gab ein Wreckfest und es gab eine Schlägerei in der Boxengasse, die eine der, ja, wildesten Schlägereien der letzten Jahre auf jeden Fall war. Es sind Fäuste geflogen, Fäuste haben getroffen. Ähm, ja, fangen wir aber mal von vorn an. Also, Ty Gibbs hat sich erstmal die Pole-Position im Qualifying geholt. Damit ist er der erste Fahrer seit 2016, der sich drei aufeinander folgende Pole-Positions in der Xfinity-Serie holzieren konnte. Ähm, auch hier hatte er wieder ein ziemlich starkes Wochenende. Hätte auch durchaus den Sieg am Ende des Tages verdient gehabt, der ihm dann aber verwehrt geblieben ist. Ähm, Austin Dillon und Eric Jones waren mal in der Kommentatoren-Kabine unterwegs. Das ist auch, ja, nicht allzu häufig der Fall. Ist immer schön, wenn man, ähm, da mal, ja, auch wie der Fahrer ein bisschen besser kennenlernt, ähm, die man, ja, vielleicht sonst nicht so auf dem Schirm hat. Ähm, gut, Austin Dillon vielleicht schon eher. Aber Eric Jones ist ja sonst ein Kandidat, der so ein bisschen unter dem Radar fliegt. Ähm, ja, ansonsten hatten wir auch da ein bisschen Regendelay. 30 Minuten waren es ungefähr. Ähm, an dem Tag war es ja auch so, dass einige, ähm, ja, Qualifying- beziehungsweise Trainings-Sessions ausfallen mussten. Aber, ja, zum Glück war es beim Rennen nicht ganz so schlimm. Ähm, ganz so schlimm war es eher für die Nummer 47, für Brandon Poole, der tatsächlich direkt in der ersten Runde einen Motorplatz bekommen hatte. Sieht man auch selten. Der ist auch sehr spektakulär, äh, hochgegangen. Hat die Strecke mal kurzzeitig in Rauch und Nebel, ähm, gelegt. Ähm, ja, und ansonsten hat Tai Gips sich schon früh im Rennen die erste Einladung zum Nesca-Hauler, also zu den, ja, zum Nesca-Truck sozusagen, zu den offiziellen, man würde bei der Formel 1 von den Stubats sprechen, ähm, geholt. Und da er anscheinend bei der ersten Caution, ähm, ja, nicht schnell genug verlangsamt hat. Also, äh, ja, da natürlich kein lustiges Thema, ähm, potenziell Leute gefährdet hat. Ähm, wunderte ich sowas? Ich weiß nicht, ähm, man hat nie gesehen, ob es so war, ob wie schlimm es war, aber sowas sollte er auf jeden Fall lassen. Nichtsdestotrotz hat Tai Gips die erste Stage gewonnen, auch durchaus, ähm, verdient. Ähm, Benton Jones hat sich dann die zweite Stage, ähm, geholt. Ähm, allerdings muss man sagen, da gab es kurz vor Stageende wieder eine Caution und die hat eben dazu geführt, dass viele Fahrer vorne frühzeitig an die Box gegangen sind, um eben die Trackposition für die letzte Stage zu haben. Ähm, äh, das hat sich halt, ja, Benton Jones dann, äh, nicht nehmen lassen und hat sich die Stage-Punkte geholt. Absolut valide, ähm, für die Leute, die aber gerade schon einen Sieg haben, wie den Teil gibt es zum Beispiel, äh, lohnt sich da aber natürlich eher, äh, auf den Siegnummer zu gehen. Ähm, 15 Runden vor Schluss war es dann so, dass alle Dash-for-Cash-Fahrer, ja, diesen Sonderwettbewerb um ungefähr, äh, insgesamt 100.000 Dollar gab es ja auch hier wieder, ähm, auf den Plätzen 1 bis 3 und Platz 5 lagen, da hat man schon gesehen, okay, es wird nicht nur hitzig um den Rennsieg, nein, es wird auch noch hitzig um die 100.000 Dollar, die auf der Linie sind, denn, äh, wer von diesen vier Fahrern, genauso wie letzte Woche, äh, als erstes über die Ziellinie kommt, hat eben dieses Preisgeld nochmal bekommen. Währenddessen hat Dale Earnhardt Jr., ähm, ja, einen ziemlich soliden, äh, Tag gehabt, ähm, der wurde leider beim Restart 9 to Go, äh, einmal umgedreht, hat dann aber direkt von, danach von einem Big One profitiert, den es wirklich gab, ähm, das war dann nämlich in der ersten Overtime, da ist Sam Mayer einmal, äh, gegen Noah Gregson gefahren, hat den umgedreht und dann sind alle reingefahren, da waren insgesamt, ähm, elf Autos involviert, ähm, ja, auch in der Overtime natürlich die rote Flagge, immer dann ein bisschen ärgerlich, das hat dann ein bisschen lange gedauert, natürlich, verständlicherweise, hat aber immerhin Dale Earnhardt Jr. wieder in eine gute Position gebracht, der ist am Ende, glaube ich, öfter geworden, ähm, ähm, solides Rennen war aber ein wilder Tag, es gab insgesamt 16 Corschnitts, es gab zwei Overtimes, unfassbar viele demolierte Autos, ähm, ja, insgesamt muss man sagen, Xfinity ist zur Zeit vielleicht allgemein ein bisschen zu hitzig, wir hatten jetzt in vier von acht Xfinity Rennen in diesem Jahr eine Overtime, oder mindestens eine Overtime, also, ähm, ja, da sollten vielleicht einige Fahrer mal so ein bisschen zurückstecken, ähm, ja, dann kam es zur finalen Overtime und das, worüber alle reden werden, und zwar, ähm, bei einer noch verbleibenden Runde ist Jones, ähm, ja, clean an Ty Gibbs vorbeigekommen, nachdem er vorher einen Bubble Run versucht hatte, der nicht, äh, geschafft, äh, der keinen Erfolg hatte, ähm, allerdings, ähm, ja, wollte Ty Gibbs natürlich zurücküberholen, was nicht geklappt hat, ähm, er wurde stattdessen selber in der letzten Kurve, in Turn 3 und 4, ins 3-Wide von Sam Meyer geschickt, der eben zusammen mit Ty Gibbs um den Sieg im Dash for Cash noch gekämpft hat, äh, hat, selbst wenn die Zweiter geworden wären, ähm, und da war es eben so, dass, ähm, ja, Sam Meyer, ja, so ein bisschen eingequetscht wurde, aber natürlich Ty Gibbs auch da ordentlich, äh, zur Seite geschubst hat, dementsprechend, ähm, ja, konnte AJ Allmendinger aus dem Nichts auf der Inside profitieren, dass einfach an beiden vorbeigefahren werden, die sich gegenseitig weggeschoben hat, AJ Allmendinger hat sich aus dem Nichts diesen Dash for Cash, ähm, ja, 100.000 Dollar Bonus gesichert, und, ähm, ja, dann ging's los, ähm, erst mal Brenton Jones, Brenton Jones, sorry, ähm, gewinnt sein erstes Saisonrennen, damit auch quasi sicher in den Playoffs, schön für ihn, auch für Landon Kessel, der nach dem Kontakt der zwei Konkurrenten, ähm, auf dem zweiten Platz sein bestes Karrierefinish einfährt, ist ja der Corlec-Team-Kollege von AJ Allmendinger, der, wie gesagt, sich, ähm, auf Platz 3 den Dash for Cash sichert, ähm, dann wurde es aber hitzig, und zwar, äh, sind bei Tai Gibson ein bisschen die Sicherung durchgebrannt, zum Anfang war es noch so halbwegs okay, nach der Ziellinie ist er nämlich in das Heck von Sam Mayer gefahren, aber es war noch, ja, das kann man noch unter Aufregung abstempeln, er hat ihn immerhin nicht komplett gedrackt, er hat ihm halt gezeigt, er ist nicht zufrieden mit der Situation, wäre dann nach Schluss gewesen, hätte keiner drüber geredet, ähm, aber es ging weiter. Die beiden sind zusammen in die Boxengasse gefahren, sind ausgestiegen, und dann gingen die ersten Wortgefechte los, zunächst blieb alles relativ friedlich, auch wenn sich gegenseitig ziemlich massiv angebrüllt wurde, ähm, aber dann war es so, dass Tai Gibson seinen Helm ausgezogen hat, dann sind die beiden nochmal zusammengegangen, haben nochmal was beredet, unterdessen hat das Sam Mayer, ähm, wohl, ich glaube, ich habe es jetzt gerade falsch gesagt, Gibson hat seinen Helm anbehalten, Sam Mayer hat seinen ausgezogen, so, also Sam Mayer ohne Helm, Tai Gibson mit Helm, so, und, ähm, dann gab es nochmal ein heftigeres Wortgefecht, ja, und dann ist irgendwas wohl passiert, äh, was Gibbs nicht gefallen hat, und er hat einfach aus dem Nichts einen rechten Haken rausgeholt, und es begann eine, ja, wilde Schlägerei, ähm, die natürlich, ähm, ja, für Gibbs nicht so vorteilhaft aussah, da er eben, ja, einige Haken in das Gesicht von Mayer landen konnte, während er selber noch einen Helm aufhatte, das mögen gerade die Amerikaner gar nicht, wenn es dazu kommt, einen Fight zu geben, ähm, ja, wenn der dann unfair ist, ich meine, einer einen Helm auf, einer nicht, ich meine, wir reden jetzt hier schon fast über Boxen, äh, ja, eigentlich reden wir über Nesca, aber, ey, ist halt hart, auf den Deal, ähm, ja, ähm, sehen das die Amerikaner, wie gesagt, gar nicht gerne, also vor allem die Fans, äh, gibt es wurde danach auch wahrscheinlich wegen der Aktion meines Wissens nach Ausgebot, ähm, gilt jetzt schon teilweise als ein neuer Kyle Busch, und es ist natürlich schon ein schlechtes Bild, was er da auf sich wirft, gerade letzte Woche wammt er, ähm, seinen eigenen Teamkollegen auf einem Shortspeck weg, um selbst sich den Sieg in der letzten Kurve zu holen, hat er selber noch eingesehen, dass John Hunter Niemacek ihn einen zurückzahlen darf, ähm, wenn es mal so weit ist, und klar war es jetzt kein Teamkollege, aber, ja, jetzt war es eben Sam Mayer, der im Endeffekt genau das gemacht hat, und nicht mal irgendeinen Rennsieg, sondern in Anführungsstrichen nur, auch wenn das vielleicht sogar die größere Sache in dem Wochenende war, um diesen Dash for Cash Sonderwettbewerb, und, ähm, ja, dann fliegen direkt die Fäuste, hat ihm in der Reputation der Fans nicht gerade gut getan, und, ähm, ich denke mal, das wird auch Nesca den Offiziellen nicht gefallen haben, da wird, gibt sich noch einiges anhören dürfen, und, ähm, mal schauen, ob es da noch irgendwie eine Strafe gibt, vielleicht sogar eine Rennsperre, wäre jetzt auch nicht das erste Mal, dass es dafür irgendwie noch größere Strafen gibt, aber, ähm, ja, ansonsten, ähm, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr zu dem Vorfall meint, ähm, ja, ich meine, ob da überhaupt wer Recht hat oder wer Unrecht hat, sei mal da hingestellt, ähm, im Endeffekt ist es Short-Track Racing, wie es so schön heißt, ähm, ja, wenn man da Joey Logano vielleicht auch zitieren darf an der Stelle, ähm, ja, ansonsten bleibt mir noch zu sagen, ähm, nächste, äh, nee, übernächste Woche ist es, ähm, wenn die Xfinity-Serie wieder fährt, und zwar in Talladega gibt es auch wieder den Dash for Cash Sonderwettbewerb, und zwar sind dafür qualifiziert Brenton Jones, Landon Castle, Austin Hill und Agent Armendinger, gerade Landon Castle und Agent Armendinger als Teamkollegen, natürlich könnte das interessant werden, ähm, Teamkollegen helfen sich ja eigentlich ziemlich gerne in Talladega, und da hat ja auch Corlec Racing gerade letztes Jahr gezeigt, dass sie sich da sehr, sehr gut gegenseitig unterstützt haben, ist die Frage, was passiert, wenn es da um 100.000 geht, ähm, vielleicht haben wir da dann auch schon direkt die nächste Kontroverse, auch wenn ich das bei, ähm, Landon Castle und Agent Armendinger jetzt nicht unbedingt glaube, die sind ja beide sehr erfahrene Piloten, sehr ruhige Piloten, aber naja, so ein bisschen Würze könnte trotzdem gut sein. Ja, dann würde ich sagen, sind wir durch das ziemlich lange Video dann mal durch, war aber auch einiges los, ähm, zumindest in den Nachwuchsserien, ähm, ist wahrscheinlich das Video, wo ich am längsten über die Xfinity-Serie, ähm, ähm, spreche im Vergleich zu sonst, und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, und ansonsten sehen wir uns dann, ja, wahrscheinlich spätestens zur nächsten Race-Preview zum Büssel-Dirt-Rennen wieder, das wird sehr interessant, äh, freue ich mich drauf und ich denke mal ihr auch, und ja, dann vielen Dank fürs Zusehen, bis dahin, haut rein und Zusehen, bis dahin, haut rein und Outro